Und habe nachgeguckt, jedenfalls die Maximaltemperatur liegt bei 105 Grad Celsius und ja, meine läuft jetzt circa auf 90 Grad, aber da bleibts auch, also da habe ich mich davon überzeugt, also da brauche ich mir keine Sorgen machen, also ich habe es jetzt echt nur ganz minimal ein bisschen übertaktet, also da passiert nichts. Es könnte sein, dass es die Lebenstor der Grafikkarte beeinträchtigt, aber ja, muss man halt gucken, dass ich echt mal irgendwie eine herkriege, die ein bisschen mehr Power hat. Ein bisschen mehr Power hat, doch, das wäre mir schon ganz wichtig. Achso, 512 MB hat die an RAM. Und das ist eigentlich fast schon echt wenig, also ziemlich wenig. Aber ich kann die jetzt auch nicht bis aufs Maximal übertakten, weil dann kann ich mich irgendwann verabschieden. Naja. Das machen wir schon. Würde ich sagen. Doch, auf jeden Fall. ... ... ... ... Ups. Irgendwie überhole ich jetzt rechts. Okay. Hä, aber warum fahren die so langsam da hinten? Dein Plan. Also irgendwie mag ich den Streifen. Da fahr ich ziemlich oft drüber. Ja, ja, ja. Ihr könnt mir auch einen Tipp geben, wo ich günstig Grafikkarten herkriegen könnte. Also die weiteren Daten von meinem PC sind einfach, also ich habe, der ist jetzt mittlerweile zwei Jahre alt. Und ich habe drei Gigabyte Arbeitsspeicher. Ich habe einen 3 GHz Prozessor, einen ganz normalen aber. Also kein Dual Core oder Quad Core oder wie auch immer. Na ja, das ist dann jetzt schon für die Spiele der kommenden Generation, das ist echt lasch. Schon für den Euro Truck Simulator 2 reicht es nicht ganz. Na ja, kann man nichts ändern. Erstmal muss man mal schauen. Aber ich würde das Spiel echt schon mal gerne mit richtig schöner Grafik. Macht mich schon an. Aber na ja, gut. Ich will jetzt mal nicht so über mich selber über meinen PC so lässt, weil sonst macht man vielleicht noch den Strich durch die Rechnung. Macht schlapp. Das geht ja blitzschnell heute. Cooles Ding, echt cool. So, dann verlassen wir jetzt die Autobahn und müssten dann gleich endlich da sein. So weit kann es nicht mehr sein. So, dann müssen wir links. Oh, brems, brems, brems. Ich kann nicht mehr Lust um die Strafe zu kassieren hier. Ich finde von hier oben hat er echt eine gute Aussicht. Und auch eine gute Übersicht. Und hier sind die Wolken ziemlich... Dunkel. Ich wollte gerade sagen, es fängt für stundenlang an zu pissen. Äh, zu regeln. Entschuldigung. Meine Kraftausdrücke. Ich hab's gewusst. So grau wie das da hinten ist. Eie. Wir fahren nach Berlin. Wir sind in Berlin. Jetzt geht mir ein bisschen Gas. Du lauwe Möhre da vorne. Ja. Nee, ich halt Abstand lieber. Nee, nee. Darauf habe ich gelernt jetzt. Fahr ich lieber ein bisschen langsamer. Oh. Nein, ich bin jetzt. das mit der Bogen war ein bisschen zu eine Arbeitsagentur ja zeigt mir lieber die Karte ja müssen wir da rein Berlin BTP jawoll ich glaube jetzt geht es links das habt ihr nicht gesehen nein 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 Äh, äh... So wird das nichts. So auch nicht. Boah, den gibts doch nicht. Ich bin ja zu blöd oder was? Kein Kommentar. Auf geht's. Ah! Sieht doch ganz gut aus. Jawollo! Geschafft! Wieder mal! Jawoll! Ha! Klasse! Level 4! Ja! Cool! So, äh, was machen wir jetzt als nächstes? Ich glaub wir machen Fernfahrten. Oder? Ja. Das machen wir. Dann geht's nämlich schon bis zu 550 Kilometer. Ja! Geht schon ein bisschen weiter. So, und tun wir speichern. Unser Dieb. Jetzt haben wir 29.698 Euro. Ja! Wir kommen näher, aber wir sind noch... Eigentlich sind wir noch weit weg. So! Gut! Also! Ich hab heute meine... Äh, ich glaub heute hab ich... Ja, heute hab ich ein bisschen länger gemacht. Aber... Egal! Das kriegen wir auch noch hin. Ähm... Ja, wie geht's weiter? Ich werd jetzt noch ein bisschen an der Grafik rumspielen. Und... Ja... Das waren jetzt erstmal... Hm... 4, 5 Folgen. Und... Ja... Dann sind wir doch schon mal aufs nächste Mal gespannt. Würde ich sagen. Und... Schreibt mir in die Kommentare... Eure... Kommentare... Eure... Ja... Verbesserungsvorschläge, wie auch immer. Ich werd sie beherzigen. Aber denkt dran... Ein paar Folgen weiter erst. Bis zu ihr. Ich hab jetzt ein paar Folgen wieder im Voraus gedreht. Naja... Gut! Also... Ich wünsch euch was! Bis zum nächsten Mal! Euer RedHead! Bis zum nächsten Mal!